Einleitung von Ivanhoe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ivanhoe von Sir Walter Scott Übersetzt von Benoci Schwitz 1828-1890 Einleitung Über jene liebliche Gegend des fröhlichen England, die von dem Flusse Don bewässert wird, dehnte sich in alten Zeiten ein weiter Wald aus, der den grösseren Teil der schönen Hügel und Täler zwischen Sheffield und der anmutigen Stadt Donchester bedeckte. Die Überbleibsel dieses Waldes sind noch in der Nähe der Landspitze Wentworth, Warncliffe Park und um Rutheran zu sehen. Hier hauste vor Alters der fabelhafte Drache von Wantley. Hier wurden mehrere der blutigsten Schlachten während der Bürgerkriege der beiden Rosen gefochten. Und hier blühten auch in alten Zeiten jene Banden von tapferen Geächteten, deren Taten in den englischen Volksliedern so häufig verherrlicht wurden. Dies ist vornehmlich der Schauplatz unserer Erzählung. Der Zeit nach fällt dieselbe gegen das Ende der Regierung Richards des Ersten, als seine Rückkehr aus der langen Gefangenschaft von seinen verzweifelnden Untertanen, die in der Zwischenzeit jeder Unterdrückung ausgesetzt waren, mehr gewünscht, als gehofft wurde. Die Edlen, deren Macht während Stephans Regierung alle Grenzen überschritt und welche Heinrichs des Zweiten Umsicht kaum zu einiger Unterwürfigkeit zurückgeführt, hatten jetzt ihre alte Freiheit in der äussersten Ausdehnung wiedergewonnen, verachteten das ohnmächtige Einschreiten des englischen Staatsrats, befestigten ihre Schlösser, verstärkten die Anzahl ihrer englischen Dienstleute, machten ihre ganze Umgebung von sich abhängig und wendeten alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel an, sich an die Spitze von Streitkräften zu stellen, die sie in den Stand setzten, bei den drohenden bürgerlichen Unruhen eine Rolle zu spielen. Die Lage des niederen Herrenstandes oder der sogenannten Freisaßen, die Kraft des Gesetzes und Geistes der englischen Konstitution berechtigt waren, sich von der Feudaltyrannei unabhängig zu erhalten, wurde jetzt höchst bedenklich. Wenn sie sich, was gewöhnlich der Fall war, in den Schutz eines der winzigen Könige in der Nachbarschaft begaben, Lehndienste in seinem Haushalt übernahmen oder sich durch gegenseitige Schutz- und Trutzbündnisse verbindlich machten, ihn bei seinen Unternehmungen zu unterstützen, so mochten sie sich freilich für den Augenblick Ruhe erkaufen. Doch geschah dies notwendigerweise mit der Aufopferung jener Unabhängigkeit, die jedem englischen Herzen so teuer war, und auf die gewisse Gefahr hin, als Teilnehmer in jede unbesonnene Unternehmung verwickelt zu werden, zu welcher der Ehrgeiz ihres Beschützers denselben nur immer verleiten mochte. Andererseits waren die Mittel zu Quälerei und Bedrückung, die den grossen Baronen zu Gebote standen, so vielfach und derartig, dass ihnen selten ein Vorwand und nie der Wille fällte, jeden ihrer weniger mächtigen Nachbarn, der es wagte, sich ihrer Autorität zu entziehen und in den gefahrvollen Zeiten von den Landesgesetzen Schutz zu erwarten, hinschrecken zu setzen und bis an den Rand des Verderbens zu verfolgen. Ein Umstand, der sehr dazu beitrug, die Tyrannei des Adels und die Leiden der niederen Klassen zu erhöhen, rührte von der Eroberung Wilhelms, Herzogs der Nochmondie, Herr. Vier Menschenalter hatten nicht hingereicht, das feindselige Blut der Normannen und Angelsachsen zu verschmelzen, oder durch gemeinschaftliche Sprache und wechselseitige Interessen zwei feindliche Rassen zu einigen, von denen die eine noch immer den Stolz des Triumphes fühlte, während die andere unter den Folgen der Niederlage seufzte. Die Macht war infolge der Schlacht bei Hastings gänzlich in den Händen des normänischen Adels und wie die Geschichtsschreiber versichern, wurde dieselbe keineswegs mit Mässigung geübt. Das ganze Geschlecht der angelsächsischen Fürsten und Edeln war mit wenigen Ausnahmen ausgerottet oder aus seinem Erbe verdrängt. Auch war die Zahl derer nicht gross, welche in dem Lande ihrer Väter Besitzungen, der Zweiten oder einer noch niedrigeren Lehnsklasse hatten. Schon längst war die königliche Politik dahin gerichtet gewesen, durch gesetzliche oder ungesetzliche Mittel die Kraft jener Bevölkerung zu schwächen von der man annehmen konnte, dass sie den unauslöschlichsten Widerwillen gegen ihre Besieger hege. Alle Monarchen vom normänischen Stamm hatten die unverkennbarste Vorliebe für ihre normänischen Untertanen gezeigt. Die Jagdgesetze und viele andere, die nicht weniger dem milderen und freieren Geiste der angelsächsischen Verfassung unbekannt waren, hatte man dem Nacken der unterjochten Einwohner aufgelegt, um gleichsam die Last der Lehnsfesseln noch zu vermehren. Am Hofe und in den Schlössern der Grossen, wo man den Pump und die Pracht nachahmte, bediente man sich ausschliesslich des normänischen Französisch. In den Gerichtshöfen wurden die Verhandlungen und Urteile in derselben Sprache abgefasst. Kurz, Französisch war die Sprache der Ehre, des Rittertums und selbst der Gerechtigkeitspflege, während das bei weitem männlichere und ausdrucksvollere angelsächsisch dem Gebraucher der Bauern und Leibeigenen überlassen wurde, die keine andere Sprache kannten. Indes veranlasste der notwendige Verkehr zwischen den Herren des Bodens und jenen untergeordneten Wesen, die diesen Boden bebauten, die allmähliche Bildung eines aus dem französischen und angelsächsischen gemischten Dialekts, in welchem sie sich gegenseitig verständlich machen konnten. Und aus dieser Notwendigkeit entstand nach und nach die Struktur des Neuenglischen, in welchem die Sprache der Sieger und der Besiegten glücklich verschmolzen ist und die später durch die Schätze der klassischen Sprachen und die der südlichen Nationen Europas so sehr bereichert und vervollständigt wurde. Dieser grosse nationale Unterschied blieb bis zu den Zeiten Eduards des Dritten bestehen, wenn auch nicht gerade Kriege oder Empörungen das Dasein der Angelsachsen bekundeten. Aber es erhielt sich eine volkstümliche, sogar in späterer Zeit noch bisweilen alliterierende Literatur neben den französisch geschriebenen Ritterromanzen, die nur dem Hadel zugänglich waren. Ende der Einleitung Das Projekt gibt es bei LibriVox.org Ivanhoe von Sir Walter Scott Übersetzt von Benno Zschischwitz 1828-1890 Kapitel 1 So sprachen sie, dieweil, die satten Schweine Heimzogen abends aus dem Buchenhaine Mit quieken, grunzen, widerwildgem Schrein ging jedes lärmend in den Stall hinein. Popes Odyssee Die Sonne ging über einer der grasreichen Lichtungen jenes Waldes unter, den wir in dem Vorwort erwähnt haben. Hunderte von Eichen mit breitem Wipfel, kurzem Stamm und weitverbreitete Nestern, die vielleicht noch den Marsch der stattlichen römischen Legionen gesehen hatten, streckten ihre knorrigen Arme über einen dichten Teppich frischen Rasens aus. An einigen Stellen waren sie mit Buchen, Stechpalmen und so dichtem Unterholz vermischt, dass die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne nicht hindurchdrangen. An anderen Stellen standen sie weit auseinander und bildeten jene langen Fernsichten, in deren Irrgängen das Auge sich mit den Zücken verliert, während die Fantasie dieselben als die Pfade zu noch wilderen Szenen der Waldeinsamkeit betrachtet. Hier verbreiteten die roten Strahlen der Sonne ein gebrochenes Licht, welches zum Teil an den belaubten Ästen und moosbewachsenen Stämmen der Bäume hing, zum Teil einzelne Stellen des Rasens beleuchtete. Ein freier Baum in der Mitte dieser Lichtung schien den Gebräuchen druidischen Aberglaubens geweiht gewesen zu sein, denn auf dem Gipfel eines kleinen, regelmässigen und darum fast künstlich zu nennenden Hügels zeigte sich noch der Rest eines Kreises von rauen, unbehauenen Steinen, deren ungeheure Grösse auffiel. Sieben standen aufrecht, die übrigen waren wahrscheinlich durch den Eifer eines zum Christentum Bekehrten umgestürzt und lagen teils in der Nähe ihrer früheren Stelle, teils am Abhang des Hügels. Nur ein einziger grosser Stein war bis an den Fuss herabgestürzt und hemmte den Lauf eines kleinen Baches, das sich friedlich um die Erhöhung wand und verlieh durch seinen Widerstand dem ruhigen und sonst stillen Bächlein eine murmelnde Stimme. Die beiden menschlichen Gestalten, die diese Landschaft belebten, teilten hinsichtlich ihrer Kleidung und ihres Ansehens den wilden und ländlichen Charakter, der dem Gehölze von Westriding, Yorkshire, zu jener Zeit eigen war. Der Ältere von diesen Männern hatte ein wildes und finsteres Aussehen. Seine Kleidung war von der einfachsten Art, die man denken kann. Sie bestand in einer eng anschliessenden Jacke mit Ärmeln, die aus einem gegerbten Tierfälle verfertigt war, an welchem man ursprünglich das Haar gelassen hatte. Doch da es an vielen Stellen abgescheuert war, so konnte man an den wenigen noch übrigen Haarbüscheln nur mit Schwierigkeit unterscheiden, welchem Tiere es angehört hatte. Dieses Kleid reichte dem Manne der Vorzeit vom Halse bis an die Knie, und war das Einzige, welches er trug. Am Halse befand sich eine Öffnung, die nur gross genug war, um den Kopf durchzulassen, woraus man schliessen konnte, dass er es nach Art eines heutigen Hemdes oder einer altertümlichen Halsberge anlegte, indem er es über Kopf und Schultern zog. Sandalen, mit Riemen von Eberfell festgebunden, schützten seine Füsse, und eine Rolle dünnen Leders war künstlich um seine Beine gewickelt, die bis über die Wade ging und wie die eines schottischen Hochländers die Knie bloß liess. Um die Jacke fester um den Leib zusammenzuziehen, war sie in der Mitte von einem breiten, ledernen Gürtel gehalten und mit einer kupfernen Schnalle versehen. An der einen Seite desselben war eine Tasche befestigt, und an der anderen hing ein Boxhorn mit einem Mundstück, um darauf zu blasen. In demselben Gürtel stag eins von jenen langen, breiten, scharf zugespitzten, zweischneidigen Messern mit einem Griffe von Boxhorn, wie sie in der Gegend, selbst zu jener frühen Zeit, unter dem Namen Schäffilder Messer fabriziert wurden. Der Mann trug keine Kopfbedeckung. Sein Haupt wurde bloß durch sein eigenes dichtes Haar beschützt, welches verschlungen und zusammengefilzt war. Es hatte von der Sonne eine rostige, dunklorote Farbe angenommen und bildete einen Gegensatz zu dem mächtigen Barte an seinen Wangen, der von gelblicher Farbe war. Nur ein Teil seiner Kleidung blieb bis jetzt unerwähnt, der zu merkwürdig ist, um übergangen zu werden. Es war dies ein kupferner Ring, einem Hundehalsband nicht unendlich, doch ohne Öffnung und um seinen Hals so lose festgelötet, dass er ihn nicht am Atmen hinderte, aber doch so dicht anliegend, dass er ohne Anwendung einer Pfeile nicht abgenommen werden konnte. Auf diesem seltsamen Halsschmucke war in angelsächsischen Runen eine Inschrift folgenden Inhalt eingegraben. Girth, der Sohn Beowulfs, ist der geborene, leibeigene Cetrics von Rutherwood. Neben dem Schweinehirten, den ein solcher war, Girth, saß auf einem der umgestürzten druidischen Denkmäler ein Mann, dem Ansehen nach etwa zehn Jahre jünger, dessen Kleider, obgleich denen seines Gefährten ähnlich, von etwas besserem Material, jedoch fantastischer waren. Seine Jacke war von heller Purpurfarbe, auf die man versucht hatte, groteske Zierraten in verschiedenen Farben zu malen. Ausser der Jacke trug er noch einen kurzen Mantel, der kaum bis zur Hälfte über seine Schenkel reichte. Er war von hochrotem Tuch, ziemlich beschmutzt und mit einem hellgelben Besatze versehen. Da er ihn von einer Schulter auf die andere legen oder nach Gefallen ganz um sich zuziehen konnte, weil die Weite mit der Kürze in keinem Verhältnis stand, so bildete derselbe ein seltsames Stück Trapperie. Er trug dünne, silberne Armbänder und ein Band von demselben Metall um den Hals, auf welchem die Inschrift stand, Wamba, der Sohn des Witlers, ist der leibeigene Cedricks von Rutherwood. Dieser Mensch trug dieselben Sandalen wie sein Gefährte, aber anstatt der ledernen Umhüllung steckten seine Beine in einer Art von Gamaschen, von denen die eine rot, die andere gelb war. Auch war er mit einer Kappe versehen, an welcher mehrere Schellen von der Grösse derjenigen, die man den Falken anhängt, ringsherum angebracht waren. Dieselben klingelten, sobald er den Kopf von einer Seite zur anderen bewegte, und da er selten eine Minute in der nämlichen Stellung blieb, so schien das Geklingel fast unaufhörlich. Um den Rand seiner Kappe befand sich eine steife, lederne Binde, die aber ausgeschnitten war und einer Grafenkrone glich, während sich aus dem Innern derselben ein langer Beutel erhob und auf die eine Schulter niederfiel, ähnlich einer altmodischen Nachtmütze, einem Filtriersack oder dem Kohlpack eines deutschen Husaren. An diesem Teile der Kappe waren die Schellen befestigt, was ihn, zusammen mit der Form seiner Kopfbedeckung und dem halbverrückten, halbpfiffigen Ausdruck seines Gesichts hinlänglich als einen jener Hansnarren oder Spassmacher bezeichnete, die in den Familien der Reichen gehalten wurden, um die Langeweile jener lästigen Stunden zu verkürzen, die sie im Hause zuzubringen genötigt waren. Auch er trug, wie sein Gefährte, eine Tasche am Gürtel, hatte aber weder Horn noch Messer. Man rechnete ihn wahrscheinlich zu der Klasse von Menschen, denen man scharfe Werkzeuge nicht gern anvertraut. Anstatt derselben führte er ein hölzernes Schwert, ähnlich demjenigen, mit welchem Halleckin auf der modernen Volksbühne heute noch seine Wunder ausführt. Das äussere Aussehen dieser beiden Männer bildete kaum einen stärkeren Kontrast als ihr Ausdruck und ihr Benehmen. Der Knecht war finster und traurig. Sein Blick war mit dem Ausdruck tiefer Niedergeschlagenheit auf den Boden geheftet, und man hätte diese für Gefühllosigkeit halten können, wenn nicht das Feuer, welches hin und wieder in seinem roten Auge funkelte, bezeugt hätte, dass dort unter dem Mannschein düsterer Trostlosigkeit ein Gefühl des Druckes und die Neigung zum Widerstand schlummere. Wambas Blicke dagegen zeigten, wie das bei dieser Klasse gewöhnlich, eine Art leerer Neugier, nebst der äussersten Selbstzufriedenheit hinsichtlich seiner Lage und der Figur, die er spielte. Ihr Gespräch wurde in angelsächsischer, daher der deutschen Sprache geführt, welche, wie wir bereits gesagt haben, von den unteren Klassen damals allgemein gesprochen wurde. Wollten wir ihre Unterhaltung im Original mitteilen, so würde der jetzige Leser wohl nur wenig davon verstehen, und darum liefern wir ihm die folgende Übersetzung. Sankt Wittholz Fluch über dieses verdammte Schweinevieh, sagte der Hirt, nachdem er heftig auf seinem Horn geblasen hatte, um die zerstreute Schweineherde zu versammeln, die zwar seinen Ruf mit gleichmelodischen Tönen beantwortete, aber keineswegs eilte, sich von dem üppigen Male der Buchmast und Eicheln zu entfernen, an denen sie sich erlabte, oder die sumpfigen Ufer des Baches zu verlassen, wo einige Borstentiere, halb im Schlamm versenkt, gemächlich ausgestreckt lagen und den Ruf des Hüters nicht hörten. Sankt Wittholz Fluch über sie und mich, sagte Gers, wenn der zweibeinige Wolf nicht vor Anbruch der Nacht einige von ihnen aufschnappt, so bin ich kein Mann. Hier, pack an, pack an, rief er mit lauter Stimme einem zottigen, wolfähnlichen Hunde zu, welcher umherhinkte, als wolle er seinem Herrn die widerspenstigen Grunzer zusammentreiben helfen. Der Teufel reisse ihm die Zähne aus, sagte Gers, und die Mutter des Unheils komme über den Wildmeister, der unseren Hunden die Vorderzehen abschneidet und sie zu ihrem Geschäft untauglich macht. Wamba, mach dich auf und hilf mir, wenn du ein Mann bist. Lauf um den Hügel, um ihnen den Wind abzuschneiden. Hast du sie vor dir, so kannst du sie treiben wie unschuldige Lämmer. Wahrlich, sagte Wamba, ohne sich von der Stelle zu rühren. Ich habe meine Beine über die Sache befragt und die sind durchaus der Meinung, dass meine bunten Kleider durch diese Pfützen zu schleppen, eine unfreundschaftliche Handlung gegen meine hohe Person und meine königliche Garderobe sein würde. Deshalb rate ich dir, Gers, deinen Packhand zurückzurufen und die Herde ihrem Schicksal zu überlassen. Mögen nun Banden riesiger Kriegsleute sie treffen oder Geächtete oder wandernde Pilger, die werden doch vor morgen früh zu deiner nicht geringen Ruhe und Behaglichkeit in nur Männer verwandelt werden. Die Schweine sollen zu meiner Behaglichkeit in nur Männer verwandelt werden, sagte Gers. Erkläre mir das, Wamba, denn mein Hirn ist zu schwerfällig und mein Gemüt zu aufgeregt, um Rätsel zu lösen. Nun, wie nennst du die grunzenden Bestien, die hier auf ihren vier Beinen umherlaufen, fragte Wamba. Schweine, Narr, Schweine, sagte der Hirte. Jeder Narr weiss das. Und Schwein ist gut deutsch oder vielmehr angelsächsisch, sagte der Spassmacher. Aber wie nennst du die Sau, wenn sie abgebrüht, gefiert heilt und gleich einem Verräter an den Fersen aufgehängt ist? Boch, antwortete der Schweinehirt. Es ist mir lieb, dass auch das jeder Narr weiss, sagte Wamba. Und Boch, meine ich, ist gut normännisch. Wenn also das Tier lebt und unter der Obhut eines sächsischen Knechtes steht, so führt es auch seinen sächsischen Namen, wird aber ein Normann und Boch genannt, sobald es ins Schloss gebracht wird und von adeligen Franz oder Normännern verspeist zu werden. Was denkst du dazu, Freund Girth, hä? Die Lehre ist leider zu wahr, Freund Wamba. Wie sie auch immer in deinen Narrenschädel mag geraten sein. Ja, ich kann dir noch mehr sagen, fuhr Wamba in demselben Tone fort. Da ist der Rox, der alte Aldermann, der behält seine deutsche Benennung, solange er noch unter der Obhut von Leibeigenen steht wie du, wird aber Monsieur Boeuf und ein feuriger französischer Ritter, wenn er vor den verehrungswürdigen Kiefern ankommt, die ihn verzehren sollen. Auch mein Herr Kalb wird auf gleiche Weise Seigneur de Vaux. Der Hammel ist angelsächsisch, solange er der Wartung bedarf, und nimmt den normännischen Namen Mouton an, sobald der Gegenstand des Genusses wird. Bei Sankt Dunstan, antwortete Girth, du sprichst nur zu traurige Wahrheiten aus. Es ist uns wenig mehr übrig gelassen als die Luft, die wir reinatmen. Und die scheint man uns erst nach langem Bedenken zugestanden zu haben. Vielleicht nur, um uns in den Stand zu setzen, die Last zu tragen, welche sie auf unsere Schultern legen. Das Schönste und Fetteste ist für ihren Tisch, das Liebenswürdigste für ihr Lager. Die Besten und Tapfersten versehen ihre fremden Herren mit Kriegern, deren Gebeine in fernen Ländern bleichen, und lassen nur wenige zurück, welche den Willen und die Macht haben, uns unglückliche Sachsen zu beschützen. Gottes Segen über Cedric, er hat das Werk eines Mannes getan, das sich in die Bresche stellt. Aber Reginald Frond de Boeuf will in Person auf seine Besitzungen kommen, und wir werden bald sehen, wie wenig Cedrics Mühe ihm helfen wird. «Hier, hier!» rief er wieder mit erhobener Stimme. «Ho, ho, ho, ho! Gut, Pakan, gut! Du hast sie jetzt alle vor dir und treibst sie wacker heran!» «Gurth!» sagte der Possenreisser. «Ich weiss, dass du mich für einen Narren hältst, sonst würdest du nicht so unbesonnen sein, deinen Kopf in meinen Rachen zu stecken!» «Ein Wort zu Reginald Frond de Boeuf oder Philippe Malvoisant, dass du verräterisch gegen Normannen geredet hast, würde machen, dass du an einem dieser Bäume zappelst, zum Schrecken aller, welche von Würdenträgern Übles reden. Du bist ja doch nur ein verworfener Sauhirt!» «Hund, du wirst mich doch nicht verraten!» sagte Gurs, «nachdem du mich verleitet hast, Missgünstiges zu sagen?» «Dich verraten?» antwortete der Possenreisser. «Nein, das wäre der Streich eines weisen Mannes. Ein Narr kann sich nicht halb so gut helfen. Aber still! Wer kommt hier?» sagte er, indem er auf den Hufschlag mehrerer Pferde horchte, welcher eben hörbar wurde. «Kümmere dich nicht um die da!» antwortete Gurs, der jetzt seine Herde vor sich hatte und sie mit Pakans Hilfe einen der langen, schattigen Baumgänge hinuntertrieb, die wir soeben zu beschreiben versucht haben. «Nicht doch! Ich muss die Reiter sehen!» antwortete Wamba. «Vielleicht kommen sie aus dem Feenlande mit einer Botschaft von König Oberon!» «Die Pest hole dich!» versetzte der Schweinehirt. «Willst du von solcherlei Dingen reden, während dein furchtbares Wetter mit Donner und Blitz nur wenige Meilen von uns wütet? Horch, wie der Donner rollt! Und als Sommerregen sah ich noch nie so grosse, gerade Tropfen aus den Wolken niederfallen!» Auch die Eichen seufzen und krachen trotz der ruhigen Luft in ihren grossen Ästern, als kündigten sie ein heftiges Ungewitter an. «Du kannst vernünftig sein, wenn du willst. Folge mir nur diesmal und lass uns nach Hause, ehe das Ungewitter zu toben beginnt, denn es wird eine furchtbare Nacht werden!» Wamba schien die Gewalt dieser Anrede zu empfinden und begleitete seinen Gefährten, der seine Wanderung begann und den langen Knotenstock aufnahm, der neben ihm im Grase lag. Dieser Oimeos, der Zweite, schritt hastig die Lichtung des Waldes hinunter und trieb mit Packhans Hilfe die ganze Herde seiner unharmonischen Pfleglinge vor sich her. Ende von Abschnitt 1 Aufgenommen von Claudia Sterngucker Abschnitt 1 Abschnitt 1 Abschnitt 1 Abschnitt 1 Vielen Dank.